Nachher, wenn die Sirene geht, müsst ihr mit der Kamera hier weg. Jetzt geht's los. Am 1. September gehe ich definitiv wählen, auch um das Recht zu haben, mich im Nachgang über politische Entscheidungen aufregen zu dürfen. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst dich nicht beschweren, wenn du nicht wenigstens einmal versucht hast, es zu verbessern. Und das ist mein kleiner Beitrag. Du brauchst gute Informationen, um dich zu entscheiden? Dann gehe online auf www.sachsenwahl.de und nutze dort den Valumat. Aufkreuzen und ankreuzen.